Dünni, welcome back zu unserem kleinen Austausch. Wir haben ja fleißig vorproduziert, deshalb wissen die Leute ja nicht, dass wir uns unfassbare 14 Tage nicht gesehen haben. Es hat sich schon so ein bisschen nach vermissen angeht. Lange Zeit. Ja, ja, wirklich, wirklich. Und wir wollen mal gleich zum Anfang wollen wir euch gleich mitnehmen und zwar nochmal, wenn ihr Fragen habt, Themen habt, die ihr ganz gerne mal an uns stellen wollt, ja, dann ist das am einfachsten, eine Mailcode zu schreiben oder über irgendeinen Social Media Account uns das zukommen zu lassen per Mail, das christoph.schulgelaber.de Da können wir alles aufgreifen. Apropos Social Media. Wir verlinken drunter sämtliche Social Media Kanäle und zwar die neuen Social Media Kanäle vom Dünni. Ihr habt es ja schon ein paar Mal mitbekommen, der Dünni hat sich auf den Weg gemacht, das beste und nachhaltigste und großartigste Männer Mode Label der Welt zu gründen. Universums. Universum. Des allem. Genau. Und auf jeden Fall, das war, dass er da mal einfach mal ein bisschen Liebe da lasst, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal, ja, like, follow, etc. kommentieren, ganz wichtig. Wie geht das? Oh ja, da kommen die Zoom-Emoji. Genau. Und damit ihr mal ein bisschen genauer wisst, für was ihr da euren Follow etc. nachlasst, Dünni, die unvorbereitete Frage ist, heute pitch doch mal kurz dein Unternehmen. Take one. Ja, du hast ja eigentlich schon gesagt, ich schicke mich an, ja, nachhaltige Herrenmode zu machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, also es gibt schon ein paar ganz coole Brands da draußen, aber keiner, der so richtig, also auf der Influencer- oder Innen-Influencer-Welt, in der Blogger-Welt, finde ich da gar nicht so viel dazu. Von daher versuche ich da, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, aufzuklären, aber ein bisschen mehr das Thema im Vordergrund zu spielen. Und, ja, aber der Hauptfokus liegt natürlich darauf, ich gründe ein eigenes Brand mit, ja, minimalistischer, qualitativ hochwertiger Herrenmode sozusagen, Silent Streetwear. Also es werden, wird jetzt nichts fratziges oder schreiendes, sondern eher, ich sag jetzt mal, Basics mit einem eher lockereren Schnitt, zeitlos und versuche das Ganze, ja, ohne tierische Erzeugnisse, ohne Plastik, das ist echt so ein Stück weit mein Endgegner, Stichwort Polyestergan, zu produzieren. Also ein bisschen, ja, Richtung Best in Class, minimalistisch, zeitlos, kann ich 24-7 tragen, in der Schule, bei Meeting, abends in der Bar oder auch auf dem Spielplatz mit den Kids. Und das ist gerade eine, ist eine spannende Reise. Ja, wer Bock hat, der verfolgt mich da bei YouTube, bei Instagram und Co. Gerade die YouTube-Videos sind wirklich großartig, sind auch besser und interessanter und vom Content her sind die schon intensiver als mein Kram, weil du immer ganz viel Sachen rund um Spanien mitnimmst. Also wenn man ein bisschen Urlaubsfeeling haben will, da schaut sich die Videos auf jeden Fall an. Und jetzt, ich habe den ultimativen Übergang. Ist nachhaltige Mode die ultimative Wertschätzung an der Menschheit? Eigentlich schon, oder? Ja. Ein Teil davon. Ich würde es jetzt nicht vielleicht größer machen, als es ist, aber es ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ich glaube, mit Mode kann man generell viel machen, weil Mode ist ein, also klar, auch für mich ein super emotionales, ein cooles Produkt. Und ich glaube, damit kann ich viel Gutes tun, beziehungsweise auf der anderen Seite viel, viel kaputt machen. Von daher, ich glaube, Mode nachhaltig im Sinne von fair, umwelt-, tier- und menschenfreundlich herzustellen, ist, glaube ich, schon eine große Wertschätzung gegenüber der Welt, auf der wir leben. Auf jeden Fall, ja. Würde ich schon sagen. Da sind wir schon mitten drin in unserem kleinen heutigen Thema. Heute geht es um das Thema Wertschätzung. Und ich habe so ein kleines Zitat mitgebracht. Keine Bange, wir kriegen den Take rüber zu Wertschätzung. Der mich wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Ich lese das mal von Albert Einstein. Und zwar Imagination ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist auf alles beschränkt, was wir jetzt wissen und verstehen, während die Vorstellungskraft die ganze Welt umarmt und alles, was es jemals zu wissen und zu verstehen geben wird. Großartiges. Schade, dass es da kein Zoom-Emoji für gibt. Großartiges Zitat. Ja. Jetzt in einfachen Worten und den Übergang ist schon gespannt. Ich glaube, wenn irgendwas Schule als den Raum, wie er eigentlich sein sollte, beschreiben sollte, und zwar in der Idealvorstellung, sprich persönliche Entwicklung, Imagination, die Vorstellungskraft von Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden, Erwachsenen ist bedeutend wichtiger als einfach nur eine Wissensvermittlung, dann haben wir doch eigentlich eine ideale Schule. Und leider, muss ich sagen, da sind wir leider nicht drin. Da geht es eigentlich bei uns mehr um hier, was weißt du eigentlich? Weil unser, ich sage jetzt mal, unser System mit Klausuren, Abschlüssen ist darauf, schnell mal Wissen auszuspucken und nicht die Vorstellungskraft anzukurbeln, um sich neue Dinge zu überlegen. Zum Beispiel die Vorstellungskraft, dass du ein nachhaltiges Model-Label, wie das aussieht, ja, dass ich es schaffe in irgendeiner Art und Weise, das so zu gestalten, dass am Ende ein positives Produkt bei rauskommt, ist doch aus der Vorstellungskraft geboren. Das ist doch großartig. Und ich glaube, Schule macht dann das nicht wirklich. Oder wie siehst du das? Ich glaube, wir hatten es ja auch schon ein paar Folgen. Also erst mal ein cooles Zitat und mir geht es ja ähnlich. Ich brauche ja eine Idee, eine Vision, eine Vorstellungskraft, wo ich denn hin will, damit ich die Dinge tun kann, die ich auch gerade tue und jetzt nicht bei den ersten zwei, drei Hindernissen, von denen gibt es gerade genug, aufgebe. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal ein paar Mal und ein paar Folgen. Und ich meine das ganz wertfrei. Also klar, es ist einfacher, Wissen abzufragen, Wissen zu bewerten, am Ende eine Not zu vergeben, etc. Vor allem, wenn ich da Dutzende von Schülern habe im System Schildung, Schule, im Bildungssystem in Deutschland. Und ich glaube, das ist ja die große Herausforderung, da ja die Vorstellungskraft, Visionen, vor allem auch dann nicht nur im Kollegium, sondern auch in den Köpfen dann von Schüler und Schülerinnen herauszukitzeln, anzukurbeln und das in den Unterricht zu übertragen, ist, glaube ich, ein Ding. Und ich glaube, wenn ich das schaffe, dass es so wirklich dann, also wenn reine Wissensvermittlung die Pflicht ist, dann ist ankurbeln oder wecken von Vorstellungskraft, von Visionen mit Sicherheit die Kür. Genau, gerade dieses entdeckende Vorstellungskraft, dieses, hey, ich stelle mir das vor, entdecke etwas, ich glaube, das verändert die Rolle der Lehrkraft ungemein. Also ich bin ja nicht mehr der Doktor da vorne, ich weiß, das ist immer noch das Bild, was meistens vorherrscht, einer steht da vorne und erzählt alles und weiß alles besser. Das hat sich schon ordentlich gewandelt, ja, aber ist natürlich nicht komplett weg, was auch nicht schlimm ist. Manche Sachen, da bedarf es auch einer Vermittlung frontal. Aber dieses entdeckende Forschende, muss ich Begleiter sein. Also ich sage mal, du hast dir ja auch jemanden an deine Seite geholt, du hast eine Vorstellungskraft, weißt aber nicht genau, wie du es umsetzen sollst, dieses Nachhaltige. Und hast du hier Good Garment Collective aus Berlin, oder? Genau. Hast du dir, wir verlinken es auch unten, hast du dir dazu geholt, weil du jemanden an deiner Seite brauchst, der dich begleitet. Und ich glaube, das, um den Tag wieder zur Lehrkraft zu bekommen, der große Unterschied ist, da müssen wir hinkommen, zu diesen Lernbegleitern, zu diesen Lerncoaches, ja. Wir hatten es in unserer Coaching-Folge, wie wichtig Coaches sind, ja. Ich glaube, das ist das, was so den Unterschied macht zwischen, hey, ich vermittle dir nur Wissen, hinzu, komm, wir gehen mal gemeinsam den forschenden Weg, weil ich auch nicht weiß, wie es ist. Überhaupt nicht. Lass es mal gemeinsam. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was so wichtig ist. Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, in vielen freien Schulen, auch in Deutschland und zumindest auch hier in Spanien, die nennen sich auch nicht mehr Lehrer, Lehrerin oder Lehrkraft, sondern tatsächlich Lernbegleiter, ne? Ja. Also ist das schon, ist das schon ein Ding, allein vom Wording her, macht das schon was aus? Ich glaube schon. Das ist das Gleiche, ich sage jetzt mal so, Sprache schafft Realität und wenn ich mich nicht mehr als Lehrkraft oder Lehrerin, Lehrer sehe, sondern als Lernbegleiter und das auch, sage ich jetzt mal, in mich, in mir verinnerlicht habe, dann macht das sicherlich auch was. Wenn man, wenn man als Schule vielleicht vorausgeht und sagt, hey, wir sehen uns nicht als Lehrkräfte, sondern wir sehen uns als Lernbegleiter, Lerncoaches, dann muss ja dahinter auch was stehen, weil es ist ja ein Unterschied. Es sind nicht nur unterschiedliche Wörter, sondern sie stehen für unterschiedliche Dinge. Ich glaube, wenn ich das in der Schule implementiere, dann wird sich da auch was ändern. Und jetzt kommt der Übergang. Ja? Ja, aber wie wäre das jetzt, eine Frage, wie wäre das jetzt, wenn du nächste Woche gehst dann wieder in die Schule, wie lange Osterferien hat der jetzt? Vier, fünf Wochen? Zwei, drei Monate. Nein, Quatsch, drei Wochen. Nein, wenn du jetzt nach den Osterferien wieder, das schneidst du dann raus. Wenn du nächste Woche ins Lehrerzimmer gehst und da mal fragst und sagst du, hey, pass mal auf, ab sofort sehen wir uns selbst alle als Lernbegleiter, der Lernbegleiterin und nennen uns auch so, wie wäre die Reaktion? Ey, endlich, Christoph, was Neues. Wir hatten schon lange nichts Neues mehr. Ich würde es mir noch sagen, mal die Website zu aktualisieren, aber neue Rollendefinitionen fände ich super. Nein, natürlich nicht. Also das ist ja ein Prozess, aber wir wären genau an diesem Prozent sind wir gerade, weil wir sind ja an unserem Leitbild. Also für das, was wir als Schule stehen, sind wir dran. Und da sind schon ein paar Dinge, die in diese Richtung gehen. Und dann ist es ja eine Haltung, die gelebt werden muss. Und die ergibt sich für mich aus einem Leitbild einer Schule, welches sich ja auch mit der Zeit ändert und wandelt. Und ich glaube, da wäre ein guter Punkt, sowas anzugehen. Aber das müsste man Schritt für Schritt machen. Aber ich glaube, also jetzt ganz konkret, wenn ich jetzt am Monat damit kommen würde, würde dann alles klar, ein bisschen zu viel Sonnenbrand bekommen in den Ferien. Aber prinzipiell wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Der Klassiker. Das kommt aus dem Urlaub mit neuen Ideen. Oh, der hat dann wieder mal Zeit gehabt zum Nachdenken. Nein, Quatsch. Also ich glaube, ich glaube, der Weg über das Leitbild, über das, was die Schule auszeichnet, das sind die Wege und da sind wir gerade dran. Also von daher wäre jetzt gar nicht so ein schlechter Punkt. Und ich glaube, dass alles Entscheidende, um sowas zu bewerkstelligen, sowas zu schaffen, ist Wertschätzung. Also wenn ich ein Begleiter, ein Coach bin, habe ich ein anderes Rollenverständnis zwischen meinen Schülerinnen und Schülern. Und vor allen Dingen sehe ich mich auch selbst als jemand anderes. Und ich glaube, das Entscheidende ist, ich brauche eine andere Beziehungsebene. Ja, und ich brauche eine andere Beziehungsebene zu dem Menschen, der mir gegenüber ist. Also auf Augenhöhe, wertschätzend im Umgang. Und da sind wir schon mittendrin in unserem Thema. Und da in der Vorbereitung habe ich mich selbst erwischt, okay, Wertschätzung ist ja eigentlich das Gleiche wie Lob und Anerkennung. Irgendwie synonym gleich. Vermeintlich. Vermeintlich. Aber ist es nicht. Und da fand ich es ganz cool, ja, mal ein bisschen was herauszufinden. Und zwar, dass den Bereich Lob, und ich glaube, das ist etwas, wo wir ja, in Schule ständig drin sind. Lob ist ja nichts anderes wie eine Wertschätzung, Schulterklopfen, gut gemacht. Ja, das machen wir über eine Note. Oder wenn wir unten drunter vielleicht noch einen Spiley packen. Ja, oder vielleicht mal sagen, hier, war eine gute Arbeit. Ja. Und da bezieht sich nur auf die erbrachte Leistung. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Firma damals, jetzt aktuell lobt du dich, wenn du nur selbst allein unterwegs bist. Aber ich glaube, da war man eher im Bereich Lob. Oder wie siehst du das, beziehungsweise, oder warst du da eher im Bereich Anerkennung unterwegs? Und was ist eigentlich der Unterschied zu Anerkennung? Ja, ich glaube, es war so ein Teil, Teil. Es war so ein Teil, Teil. Und ich meine immer, wir hätten auch mal das Thema gehabt zu Lob. Klingt dir erstmal, was gibt es ein Schlechtes zu sagen zum Lob? Ich glaube, die Problematik ist nur bei Lob. Das ist ja dieses, es gibt dieses schöne Buch, du musst nicht von allen gemocht werden. Das ist auf diese adlerische Psychologie eins halt. Und er beschreibt ganz gut. Und der sagt zum Beispiel, man darf niemals loben. Ich glaube, das zweite Buch geht sogar wirklich dann um Lehrer. Vielleicht kann man das mal verlinken. Der dann auch beschreibt, wie er quasi Unterricht macht oder Wissen vermittelt ohne Lob. Und bei Lob ist es ja oftmals eben so, dass es aus einer Position herauskommt, die eben hierarchisch ist. Also ich kann dich ja nur loben oder damit bewerte ich ja deine Arbeit, weil sonst könnte ich dich ja auch nicht loben. Und ich glaube, das ist so diese negative Kehrseite von Lob, weil die eben meistens von oben nach unten ist. Ist vermeintlich gut und ich trainiere gegebenenfalls anderen an, immer nach diesem Lob zu streben, um darüber meinen Selbstwert zu definieren. Im allerschlimmsten Fall. Genau. Und ja, Anerkennung vermittelt zumindest oder ich kenne ja meistens irgendwie eine Mühe oder ein Engagement an, unabhängig davon, ob ich eine Erfolg errungen habe oder unabhängig davon, ob das ganze Unterfangen letztendlich erfolgreich war. Und das kann ich im Grunde genommen ja auch immer tun. Also dafür braucht es ja kein, dafür muss ich ja im Grunde genommen nichts Gutes gemacht haben. Jetzt bin ich fast schon wieder beim Werten, beim Guten. Genau. Oder wie wie sich du das... Ja, ich glaube, Anerkennung ist dann sozusagen das Wert, also das, dass ich nicht das Produkt oder den Erfolg, das Ganze, hey, du hast die Arbeit gut gemacht, ja, sondern okay, du hast vielleicht dein Bestes gegeben, ja, und das kenne ich an, ja, und sage, hey, das war, ja, war eine gute Leistung. Auch da bin ich wieder im Bereich Lob. Das ist gar nicht so leicht, sozusagen, voneinander zu trennen. Aber wenn wir zum Bereich Wertschätzung gehen, da finde ich es ganz spannend, ist es ja die positive, wohlwollende und vor allem bedingungslose Haltung, sich selbst und anderen gegenüber bezogen auf den Menschen als eigenständige Persönlichkeit und nicht nur in Bezug auf objektiv erbrachte Leistung. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, dass ich hier den Menschen in den Vordergrund stelle und zwar bedingungslos. Und das wäre doch total großartig, wenn wir das in Schule hinbekommen können. Ich kenne das ja, gerade meine Tochter, ja, sie gibt ihr Bestes als Beispiel in ihrem Lieblings-, Nicht-Lieblingsfach Mathematik und gibt da wirklich Gas. Ja? Und hat so ihre beste Leistung für sie erbracht und bekommt nicht das Lob oder die Anerkennung, sondern eher das Destruktive im Sinne von, ich glaube, das war, ich glaube, in den vier oder so das letzte Mal eine Arbeit und darunter stand dann, ja, du hast gut im Multiplizieren gerechnet. Aber die Kinder sind ja nicht dumm. Das war so, ja, vielen Dank. Das hat jetzt nicht gerade positive Begeisterungsstimmen bei ihr ausgelöst. Und ich glaube, das frustriert ein Kind. Und wenn ich es jetzt aber hinbekommen würde, diese individuelle Leistung wertzuschätzen, obwohl vielleicht die erbrachte Leistung nicht des Lobes wert war, aber ich habe gesehen, das Kind hat das Beste gemacht. Die Schülerin der Schüler hat das für sich Beste rausgeholt. Und dann ist das was wertschätzen. Und ich glaube, das steht so sehr, ja, gegensätzlich in unserem Schulsystem. Ich habe auf der einen Seite eine Leistung ab, aber wie soll ich das wertschätzen machen? Finde ich total schwierig. Wie würdest du es in dem konkreten Beispiel machen? Also die Note ist eine Vier. Das heißt, das, was gefordert wurde, wurde eben nur ausreichend erbracht sozusagen. Wie würdest du das so formulieren? Also ich habe da auch gerade gar keine Antwort. Wie würdest du das so formulieren oder wertschätzen drüberbringen, dass das Kind oder deiner Tochter da rausgehen kann und sagen, okay, das war Mist, aber? Aus der Situation gar nicht, weil das braucht eine andere Voraussetzung. Das würde bedeuten, dass ich eine individuelle Arbeit für das Kind machen muss. Und ich weiß das. Also ich tue jedem Unrecht, wenn ich sagen würde, dass Lehrkräfte nicht ihr Bestes geben. Und es ist absolut utopisch, bei 25 Kindern 25 individuelle Leistungen zu erbringen. Aber das wäre ein Weg. Ich mache eine individuelle Leistung, weil ich ja, also ich kenne ja meine Schüler. Ich kann das so gut einschätzen, aber es ist unfassbar viel Aufwand, individuelle Arbeiten zu machen. Klar, hilft uns vielleicht irgendwann mal eine KI dabei, das zu machen, aber aktuell sind wir da vielleicht noch nicht an dem Punkt. Oder, und wir haben das, nee, das haben wir doch gar nicht besprochen. Wir haben ja bei uns zwei Klassen, die nach Gura-Modellen unterrichtet werden. Und das gibt ja ganz viele verschiedene Varianten da. Aber eine Variante ist, da geht es nur, und ich glaube, ihr habt das bei euch, vielleicht hast du das schon mal erzählt, da geht es darum, nicht zu gucken, die Noten 1 bis 6 Skala, sondern ich setze mir ein Ziel und es wird geschaut, habe ich dieses Ziel mit dieser Arbeit erbracht? Oder habe ich das Ziel noch nicht ganz erfüllt? Oder könnte ich es, habe ich das übererfüllt? Also es gibt nur drei Bereiche. Es gibt nur drei Bereiche, die Ziel erfüllt, bin runtergeblieben, was kann ich besser machen? Oder eine Übererfüllung so in dem Bereich. Und ich finde, das ist ganz spannend. Das ist Wertschätzung und Anerkennung. Ich setze mir selbst ein Ziel in die Arbeit. Das Fetch Goals. Genau. Ja, nein. Und dann zu schauen, okay, wenn ich es nicht erreicht habe, das ist ein unfassbar Aufwand, den ich da als Lehrkraft betreiben muss. Aber das ist Wertschätzung gegenüber den Schülern, das Individuelle. Das ist super viel Aufwand. Und das, das würden wir schaffen, wenn wir mehr Stunden hätten für die einzelnen Kinder, beziehungsweise mehr Kollegen, die uns da vielleicht gemeint unterstützen. Aber dann habe ich Kinder, die rausgehen aus dem Schulsystem und Wissen um ihre eigenen Leistungen. Die haben gelernt, sich Ziele zu setzen etc. Und das ist unfassbar wertschätzend. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Riesen, also es wäre Aufwand, aber zu sagen, ich definiere einmal so diese, diese 100 Prozent, die ich im Rahmen des Curriculums und des Stoff, den ich zu vermitteln habe in Mathe in der dritten Klasse mal definiere. Und der ist jetzt bei 100 Prozent bei Leni. Und das ist aber trotzdem, wenn sie quasi die 120 Prozent erreicht, dass wir dieses überfüllen. Wenn sie aber auch in den Bereich 70 bis 80 Prozent kommt, dass dann auch alles cool ist, dass ich eben so ein bisschen wie bei einer Dartscheibe trotzdem in der Punktezone lande, wobei das jetzt wieder schon sehr bewertend klingt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, der andere Punkt ist, was ich immer machen kann, was mir oft auch schwer fällt, auch bei meinen Kids, ist, nie das Kind an sich zu bewerten, beziehungsweise was ja immer einfach ist, sind so Sachen wie, du bist schlecht in Mathe. Ja, oder du hast das und das falsch gemacht. Sondern eher immer auf die Leistung zu gehen. Das hat ja auch was wertschätzendes. So, hey, du bist total super als Mensch, so wie du bist. Also da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Da findet nie eine Wertung statt. Aber deine Leistung in Mathematik ist verbesserungswürdig aus den und den Gründen. Und lass uns mal schauen, wie wir da eigentlich rangehen können. Um das eine von dem anderen zu trennen, ist aber glaube ich schwierig und ist auch was von der Grundhaltung, weil du eben gesagt hast, auf diese Beziehungsebene zu gehen, weg von diesem Lob, ist eine Herausforderung. Also ein krasses Umdenken. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was, also das musste ich mir jetzt lange antrainieren, auch bei meinem eigenen Kind, weil das so ist, so der typische Satz, auch bei meinen Schülern. Also es ist ja nicht immer alles nur auf mein Kind ausgelegt, sondern auch bei meinen Schülern, ja, oder auch meinen Kollegen. Aber die hören natürlich diesen Satz nicht so eins zu eins, wie ich ihn jetzt gleich sagen werde. Ich, wenn man das dann hört, ich kann das nicht. Nee, das ist ein Unterschied zwischen ich kann das nicht und ich kann das noch nicht. Und das predige ich so sehr, ja, zu Hause, weil ich möchte, nein, es ist überhaupt nicht schlimm, Dinge noch nicht zu können, Fehler sind da, da gemacht zu werden. Und du kannst es noch nicht. Papa konnte auch nicht immer alles, ja, nicht mal Ansatz, wenn man jetzt macht, ganz, ganz viele Fehler, aber ich kann es noch nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied. Da sind wir auch wieder in diesem, ja, proaktiven, dieses Unterstützen, ne, ja. Und wenn ich mich selbst reflektiere, ich bin da auch in der Schule nicht gut. Ich bin da auch eher im Bereich Lob und so ein bisschen anerkennend, ja, der individuellen Leistung oder auch anerkennt im Sinne von dessen, was die Person gegeben hat. Aber ich bin da auch eher im Bereich Lob unterwegs, ja, und ein bisschen Anerkennung. Wo ich es aber hinbekomme, glaube ich, das können natürlich andere wieder besser bewerten, aber ich bilde mir ein, dass das ganz gut funktioniert, ist bei meinen Kolleginnen und Kollegen dieses Wertschätzende, diese Leistung unabhängig von Menschen zu betrachten und den Menschen als solches. Und ich habe in der Vorbereitung darüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, der große Unterschied ist, ich habe zu meinen Kolleginnen und Kollegen eine andere Beziehungsebene, also eine viel intensivere Beziehungsebene als zu meinen Schülerinnen und Schülern. Die ist auch gut, aber es ist ja schon ein Unterschied. Mit den einen arbeite ich jetzt, sage ich jetzt mal, fünf Jahre lang bei den Kindern, wenn ich sie von der fünften bis zur zehnten begleiten würde. Und mit den anderen arbeite ich 20, 25 Jahre zusammen. Und da ist eine ganz andere Beziehungsebene. Also ist wieder die Beziehungsebene das Entscheidende. Also dann wäre es, könnte es ein Ziel sein oder ein nahbares Ziel könnte es sein, also zumindest als aus Lehrer, Lehrerin Sicht, die das schafft für meine Klasse. Also wenn ich Klassenlehrer bin oder für die, die ich halt über Jahre betreue. Und ich glaube, das werden auch viele nach bestem Wissen und Gewissen schon tun. Aber allein ja, ich glaube mal so um diese Unterscheidung zu gehen oder sich darüber mal Gedanken zu machen, ist wahrscheinlich schon ein Ding. Weil mir geht es ähnlich, also auch früher, wie du eben schon gesagt hast, auch in der Firma. Ich glaube, ich war da viel mit Lob und Anerkennung unterwegs und im Verhältnis eher weniger dann mit Wertschätzung. Ich glaube, das Loben und Anerkennen ist halt auch einfacher, weil ich ja so, das sind ja so trackable Sachen, ja. Ich brauche bei dem, wir kommen ja auch gleich nochmal zu, wie ich das schaffe, wertschätzend überhaupt zu messen, dass man das irgendwie mitbekommt, ja, weil das ist nämlich auch echt ein ganz schöner Aufwand, gerade wenn du vielleicht viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, dann ist das schon mal was. Aber die Frage ist doch, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir Wertschätzung? Und da wäre immer die Frage, wann hast du das letzte Mal jemandem Anerkennung oder Wertschätzung zukommen lassen? Wann habe ich das letzte Mal jemandem Anerkennung, Wertschätzung zukommen lassen? Ich glaube, ich mache das tatsächlich aktuell, muss mich jetzt nur selber loben, ganz gut. Cooler Typ bin ich. Genau, bei meinen, das schneidst du dann auch raus. Bei meinen, weil so viel schneiden in den Podcast. Genau, ich weiß ja, dass du nie was schneidest. Bei meinen Kids, weil die gerade ganz gut lernen, das ist das, was uns wichtig ist und es ist auch oft anstrengend, weil die gerade ganz gut lernen, über ihre Gefühle zu sprechen, wenn sie zum Beispiel was stört, sie sich ärgern oder auch traurig sind. Und da bin ich achtsamer geworden, das dann wirklich hervorzuheben, weil, also du wirst das auch kennen, also die Kids sind auch relativ schnell beim Schreien, beim Schimpfen oder im schlimmsten Fall dann auch mal beim Schlagen. und immer wenn ich dann erkenne, so hey, da sagt jemand gerade, stopp, das tut mir nicht gut oder du hast mich verletzt, indem du das und das gesagt hast und das macht was mit mir, dann habe ich mal gesagt, hey, Marlene, Philipp, ich finde es gerade super, wie du über deine Gefühle reden konntest und ausdrücken konntest, was dir, ja, was das gerade mit dir gemacht hat. Wobei, wenn es jetzt gerade so erzählt, klingt das auch schon fast wieder erlobend oder anerkennend als wertschätzend. Das ist echt schwierig, da so die Unterscheidung zu wandern. Ja, wobei, ja, so anerkennend. Naja, aber ich finde das schon wertschätzend, dass du, dass du vermittelst, hey, ihr habt jetzt da vielleicht nicht perfekt so gelöst, wie ich das machen würde. Ja, ich meine, ihr habt da ordentlich viele Geschwister am Start. Leni hat ja nur als Punching Ball uns und das habe ich auch. Also, wo ich sage, hier, am Samstag sind wir zum Einkaufen gefahren und dann Leni ist da sehr emotional bei manchen Dingen, ja, und zeigt mir da manche Sachen auch so auf. Naja, Leni, ich finde das gut, du zeigst mir immer mal wieder Dinge auf, die mir gar nicht so bewusst sind. So ähnlich, wie du das jetzt auch berichtest hast, ja, dieses, ja, dieses Gefühlvolle, das geht mir ja durchaus manchmal auch ein bisschen abhanden, ja, und da zeigt sie mir auch, hey, Papa, das kann auch so sein, ja, und dann nicht mehr, oh, das ist, das ist eine Sichtweise, die habe ich überhaupt nicht so gehabt, ja, auf, auf dieser Ebene. Ja, also da zeigt man wieder, Kinder geben einem immer genau das, was wir, was uns gerade fehlt sozusagen. Also dieses Gefühlvolle, wo ich jetzt sage, ja, da könnte man nochmal eine Schippe zudrehen persönlich, ja, also ich, und das hat Töchterchen ordentlich am Start. Und das, die zeigen irgendwie einen immer genau zu dem Zeitpunkt, was einem vielleicht fehlt, was man vielleicht besser machen könnte. Ja. Wir sind da ganz gut drin, ja. Und im beruflichen Kontext, hast du da ein Beispiel für Wertschätzung? Na, ich probiere das in meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gesprächen immer zu machen, ja, das wertschätzend zu machen, dass ich mir anschaue, was haben wir hier in dem Gespräch oder was hast du in den letzten Wochen, Monaten vor unseren Gesprächen, ja, sozusagen geleistet, aber auch als Mensch für die Schule sozusagen getan. Also da probiere ich immer sehr, sehr wertschätzend zu sein. Ich hatte ja einmal das Glück, dass, ja, jemand über die Uni, weil er eine Doktorarbeit geschrieben hat, das Ganze, den Bereich Mitarbeitergespräche mal hat, probiert sozusagen messbar zu machen, hat er eine Umfrage gemacht und da kam das tatsächlich rüber, dass das sehr wertschätzend ist. Das ist natürlich auch mein Ziel. Also das ist bei mir natürlich jetzt aktuell einfach durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche, da ist immer das Ziel, wertschätzend zu sein. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz cool, als ich das Buch gelesen habe, Sieben Wege zur Effektivität für starke Familie von Corvey. Und da ist so dieses Lob, Anerkennung, Wertschätzen, zahlt immer auf so ein emotionales Beziehungskonto ein. Und ich glaube, da ist ja, wie so bei jedem Konto auf dieser Welt, was man haben sollte, sollten wir immer im positiven Bereich sein. Also wenn ich da Lob, Anerkennung, Wertschätzung, ja, auch diese drei Bereiche einzahle, dann habe ich einen positiven Bereich. Und es gibt aber immer wieder Phasen, wo ich auch mal was runternehme. Also so ist das Leben. Auch ich habe Konflikte in Schule, in der Familie, wo ich Sachen auch mal runternehme aus dem Konto. Und ich glaube, gerade diese Sachen, ey, dieses Wertschätzen, Loben, anerkennend, das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit sich Menschen wohlfühlen und ja, ein positives Beziehungskonto haben. Absolut. Also ich bin da voll bei dir und ich glaube, genau das macht das so schwierig. Aber mir hat das damals auch geholfen, sich dieses Beziehungskonto wie so ein Bankkonto eben auch vorzustellen mit dem Wissen, wenn ich jetzt hier mal emotional die Kontrolle verliere und das passiert auch ab und an, dann mache ich eine relativ große Abhebung. Ja, und dass das was macht mit meinen Mitmenschen. Wie glaubst du, kann man jetzt, ja, Thema Wertschätzung, sei es im privaten, aber auch im beruflichen Kontext, wie kann man das weiter kultivieren oder wie kann man ja dem Thema mehr Beachtung schenken oder mehr seinen Fokus drauf richten? Idealerweise eben auch, dass es nicht sowas Akademisches wird und eben schwierig. Also was können so Mittel, Wege sein, kleinere Hacks, wie ich das Thema mehr in den Fokus rücke? Ich glaube, da wieder eine Kultur, Kultur der Wertschätzung, Kultur des Lobens, des Anerkennens, immer mal wieder. Im beruflichen Kontext haben wir am Anfang jeder Gesamtkonferenz, wo immer alle zusammenkommen, haben wir eine Wertschätzungsdusche. Und da werden die Dinge, ja genau, wertschätzend, lobend, anerkennend, ich glaube, das ist sehr, sehr, ja, das ist nicht ganz so trennscharf, sondern eher vermischend, da werden die Dinge sozusagen gesagt, die großartig sind, wo man sich bedankt, meistens wirklich einfach, denn danke. Also das hat sich bei uns so kultiviert, dass man sich bedankt für die Arbeit, die jemand anderes sozusagen gemacht hat. Zum Beispiel, wenn ein Kollege langzeiterkrankt ist oder er gerade eine schwierige Phase oder so hat und wir sind da sehr, ich glaube, wir haben bei uns im Kollegium eine sehr intensive Beziehungsebene untereinander alle, da springen die Kolleginnen und Kollegen immer füreinander ein. Da kann ich, da könnte ich jetzt sagen, hey, ich habe jetzt einen Kolleginnen und Kollegen, der ausfällt für mehrere Monate, mir würden gleich, würden sich fünf Leute finden, die sagen, okay, ich mache mehr, ich unterstütze das. Und das ist dann immer so, wenn man denn, wenn die Person zurückkommt oder andere Sachen, dann wird sich dafür bedankt und das ist nicht so, okay, jetzt muss ich mir bedanken, weil es sich irgendwie gehört. Nein, da wird sich wirklich bedankt, vor 70, 80 Leuten einfach mal, hey, cool, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist was, was total ist. Das machen alle, das machen alle dann im Kollegium oder wie? Also es dürfen alle, es wird sich gemeldet, ich weiß, okay, gibt es was, meistens kommt der Input von mir, wir kommen auch gleich nochmal sicherlich dazu, wie wichtig ist der Lob des Chefs, ja. Aber da kommt viel von der Schulleitung, damit beginnen wir, ja. Und dann kommt vom Kollegium, dann nimmt das, nimmt das so Fahrt auf, sodass ich sage jetzt mal in Summe, so fünf, sechs, sieben, acht, neun Wortmeldungen, wo sich dann untereinander bedankt wird oder das Ganze wertgeschätzt wird. Und das ist echt simpel. Lass das fünf Minuten Arbeit sein, höchstens. Also wer das noch nicht in der Schule hat, das ist was, was funktioniert. Ja, ich glaube, es geht ja auch darum, also ich habe das auch viel, viel gelesen oder in Firmen, wo das gemacht wird, die ja so das Wochenmeeting damit beginnen, dass jeder sich kurz eine Geschichte, und es muss manchmal gar nichts so wildes sein, sich bei einem anderen hervorhebt, bedankt oder jemand, also es geht dann weniger um mich, sondern immer um jemand anderen, den er vorher bedankt, für irgendwas, was er eben gemacht hat oder wo jemandem geholfen hat. Oder wie du sagst, hey, ich muss zu meinem Kind nach Hause, aber die Präsentation war nicht fertig und danke, Mario, und dass du die fertiggestellt hast, uneingnützig sozusagen. Ich glaube, das ist ein cooler Punkt. Und ich glaube, worum es geht und was man halt oft vergisst, ich habe das früher auch probiert, ist es diese Sachen, die einem dann unterkommen oder die man registriert oder von anderen auch hört, dass man die eben auch sammelt. Wie oft höre ich was irgendwie, ach cool, ey toll, von der Kerstin, von der Martin und dann vergesse ich es schon wieder, bevor ich es das nächste Mal gesehen habe oder dann sind die Osterferien und dann habe ich es wieder vergessen, sondern sowas auch ein Stück weit, ja, zu sammeln, um sich zu vergessen. Ja, das ist schon, ja. Du hattest das eben kurz schon gesagt, es geht immer um andere. Es wäre, glaube ich, auch ganz schlimm, wenn ich in der Wertschätzung mich hinsetzen würde, also ich will mich mal bei mir selbst bedanken, wie geil ich das gemacht habe. Das riech für ein cooler Typ. Das wäre schon ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, dann mach doch mal zum Start. Oh ja, ich würde mich mal gerne bei mir selbst bedanken. So als Icebreaker, dann sind auf jeden Fall alle wach. Ich finde, das ist ein guter Start, wenn du an eine neue Schule kommst, als neue Schulleiter oder nur neue Schulleiterin, solltest du damit starten. Will sich noch jemand bei mir bedanken aus dem Kollegium? Der hat jetzt die Zeit. Das wäre jetzt die Möglichkeit. Nein, aber ich glaube, du hast eben gerade schon gesagt, wer schreibt, der bleibt. Und ich glaube, das ist auch für mich der geheime Hack, wie so oft. Er schreibt dir die Sachen auf. Und ich bin auch ganz, ganz dankbar für mein Team. Manche Sachen sehe ich einfach nicht. Das sehe ich nicht, das kriege ich nicht mit. Und dann ist das immer so, hier, ich, Christoph, kannst du das vielleicht nochmal erwähnen? Also das... Deswegen weißt du ja deine Tochter darauf hin. Richtig, die sowieso. Ja. Aber dieses Positive ins Rampenlicht Rücken, das hilft mir ungemein, wenn ich da einfach Sachen vergesse, wo ich sage, echt jetzt? Und dann ist immer wieder so der Punkt, ja, Christoph, das solltest du vielleicht mal sagen. Und vor allen Dingen, das sage ich auch ganz oft, das solltest du sagen. Und da hatte ich vorletzten, vor einer Weile was Interessantes gehört, und zwar Dr. Robert Sapolsky, ja, hat einmal in dem Podcast betont, dass individuelle Motivation oft aus dem Wunsch nach Ernerkennung, Macht, Respekt und Anspruch entsteht. Sprich, ich möchte individuell gelobt werden, weil das irgendwie meine Position stärkt und sprich, ich ziehe daraus die Motivation. Da habe ich echt drüber nachgedacht, ey, ist das wirklich so, dass die Menschen nach Anerkennung streben, um motiviert zu sein? Und ich glaube, ja. Und ich... Jetzt frage ich mich gerade, ist das... Ja, du fragst dich? Nee, ist das cool oder das ist nicht cool? Ich würde das gar nicht werten, ich glaube, das ist so, das ist menschlich. Ich glaube, es ist, jeder will gelobt werden im Sinne von Anerkennung. Aber klar, das ist... Ja doch, ich glaube... Also ich sehe das genauso wie du, ich glaube, das ist... Ja. Genau, da geht es um Konformität zur Gruppe, zur Zugehörigkeit. Also ich bin da voll bei dir und ich glaube, es ist dann ganz schwierig, wenn ich in so einen Modus komme, wo ich nur danach strebe. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das auch von früher, wo ich manchmal, da komme ich mir wie unter Druck vor, dass ich jemanden so wie so ständig individuell loben, anerkennende Worte finden muss, damit ich das Gefühl habe, der andere ist motiviert. Und das darf es, glaube ich, dann am Ende auch nicht sein. Ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, da die Balance zu finden. Und es auch wirklich, also dass ich auch nicht inflationär das Ganze nutze, benutze, aus manipulativen Motivationszwecken, sondern dass es wirklich ehrlich und auch eben dann wertschätzend ist. Genau und passend und ganz ehrlich, für alltägliche Dinge, ja vielen Dank, dass du, Mario, den Unterricht gemacht hast. Ja, dafür wirst du bezahlt. Das ist dein Job. Es sei denn, du hast was total Außergewöhnliches sozusagen gemacht. Okay, dann ja, aber ansonsten, ich glaube, sonst ist es auch echt so inflationär, wie du es schon eben sagtest, dann passt es auch nicht. Und ich finde auch, wenn du das zu oft machst, ist die Gefahr ganz groß, dass alle anderen danach hecheln, dieses Lob, ja, dieses Konditionieren. Und dann ist es so, dann vergesse ich mich vielleicht mal was und dann fühlt sich jemand angepisst, weil ja, sonst lobt er doch immer den Unterricht von Marion. Jetzt hat er nicht gelobt. Ja, warum lobt er nicht den Unterricht von Peter? Und ich glaube, das ist so, das ist das Problem. Und ich glaube, ich habe mich da lange vorgesträubt, ich hatte es ja eben schon gesagt, dass ich es sage. Nicht ich, weil ich Christoph Krüger bin, sondern qua meines Amtes. Und das ist so für mich immer noch so ein bisschen schwer, weil ich mich gar nicht als der Chef sehe, sondern eher so als der Leader, der sozusagen die Truppe zusammen in die Schlacht führt. Nein, aber in dem, in die Richtung du spürst. Nein, aber weißt du, also es ist ja ein Unterschied zwischen der Schrift und der Lieder. Wir hatten es ja, wir hatten es ja schon mal, dass das ein ganz großer Unterschied ist. Und ich glaube, davon muss ich mich befragen, ich glaube, es ist ganz wichtig, Lob an Erkennung. Also würde mich jetzt der Kultusminister persönlich loben, dann würde ich auch sagen, ja, das fühlt sich schon ein bisschen cooler an, wenn das von dem kommt, als von in Anführungsstrichen, keine Ahnung, XY oder sowas. Ja, das stimmt schon. Und ich glaube, das muss man, davon muss man sich auch befreien, dass das schon wichtig ist, von wem manches Lob kommt. Auch wenn ich es mir wünschen würde, dass es egal ist, sondern dass man denn das Lob ins Rampenlicht stellt und nicht die Person, die das macht. Aber leider. Und noch besser die Wertschätzung. Ja, genau, die Wertschätzung. Ja, und das ist so. Ja. Aber jetzt mal umgekehrt. Wann hast du denn das letzte Mal Lob, Anerkennung bekommen? Ja, ich erfahre es tatsächlich gerade sehr viel und das freut mich auch total. Also du hast ja eben erwähnt. Genau, also ich starte ja gerade mit dem ganzen Social Media Kram mit Videos und Co. Und ich meine, du kennst mich oder die, die mich kennen, wissen, dass mir es echt schwer fällt, mich erstens so zu exponieren. Aber ich mache es für eine coole Sache, hinter der ich stehe. Deswegen springe ich da sozusagen über meinen Schatten. Und da erfahre ich gerade wirklich viel Lob, viel Wertschätzung, auch von meiner Frau, die mich da extrem supportet und mir darüber wieder Tipps gibt oder auch sagt, wie cool sie das findet, sich die Sachen anschaut und dann auch von dir, von anderen Freunden, die sich das anschauen, mir da auch mal kritisches Feedback geben, wo ich total dankbar bin. Ja, also da erfahre ich tatsächlich gerade viel Wertschätzung, viel, viel Lob. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass das beflügelt mich schon schon auch, da immer weiterzumachen und eine Schippe draufzulegen. Aber hast du für deine alltägliche Arbeit damals als Firmenchef, hast du da Lob, Anerkennung bekommen? Ach, hier und da mal im Sinne von, also was mich immer gefreut hat, ist, wenn ich, wenn hier oder da mal eine Mitarbeiter, Mitarbeiterin sich bedankt haben, so hey, fürs Weiterhelfen oder einfach, dass sich das Thema Zeit nehmen, um jemanden da und zu unterstützen bei einer Sache, was mich recht oft gefreut hat, wenn es von Kunden dann kam für Projekte, auch für meine Mitarbeiter, weil das habe ich dann auch, oder das konnte ich dann für mich auch mal so ein bisschen mitnehmen, so okay, wir schaffen hier gerade was ganz cooles, dass die Kollegen, Kolleginnen da gut performen können. Ja, aber tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag von irgendjemand wertschätzende, anerkennende, lobende Worte gehört habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in deiner Position. Ich glaube, da ist es auch einfach dann weniger, wenn man dann in einer Führungsposition ist. Ich weiß nicht, ob das per se so ist. Ich glaube, ja. Also ich würde ich jetzt, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Wie ist es bei dir? Ich glaube, in Summe, ja. Ich glaube, umso höher du in der Hierarchie oder in der Führungsverantwortung bist, umso weniger wird das Lob. Aber ich glaube, generell dieses Loben, hatten sie eigentlich eben, dieses für die alltägliche Arbeit, einerseits wirst du dafür bezahlt, aber andererseits wäre es auch mal schön, für die alltägliche Arbeit was zu bekommen. Und ich hatte sie eigentlich in der Vorbereitung geschrieben, dass ich mir das mal vorgenommen habe, weil, apropos alltägliche Arbeit, ich habe bei uns im ortsansässigen Lidl eine Mitarbeiterin, die ist immer so unfassbar freundlich, wenn wir uns sehen. Klar, irgendwie kennt man sich ja, seit der ortsansässige Lidl, wo ich immer hingehe. Und die ist immer freundlich, die grüßt einen, als ob wir schon mal ein Trinken waren und die gibt einem immer so ein wohlig-warmes Gefühl. Ja, da habe ich eigentlich gesagt, oh komm hier, das nehme ich mir mal vor. Und ich habe das gestern gemacht. Und das war ganz spannend. Und ich habe sie gesehen. Ja. Und ich habe dann für mich, ich musste wirklich mutig sein. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich musste mutig sein, zu ihr hinzugehen und zu sagen, ey, ich finde das, ich will mich einfach mal bedanken, dass sie immer so unfassbar freundlich sind oder immer das gute Gefühl hier geben. Da wollte ich einfach mal mich bedanken. Ja. Und ich bin dann eine Runde gegangen und habe so, nee, jetzt nicht. Und jetzt aber. Ich will wirklich Mut zusammennehmen. Ja. Irgendwann für seine einkaufliche Arbeit. Ja. Dabei ist das was total Normales. Und die war auch erst mal so, ja, okay. Ja, danke. Also ich glaube, der Gegenüber ist dann erst mal so ein bisschen überfordert, weil ich will ja auch nichts zurückhaben. Ich will ja jetzt nicht so, ja, danke, dass Sie hier immer so nett einkaufen gehen und zurückgrüßen. Nein. Aber, ähm, ich glaube, das ist das ganze Übrigens, lass doch mal ein Like da und ein Abo bei Schuhgelaber. Ich weiß, ich weiß, ich weiß absolut, was du meinst, weil ich glaube, ähm, das ist auch so ein deutsches Ding, glaube ich, so dieses nicht geschimpft ist genug gelobt, ne? Oder wie geht der Spruch? Ja, doch, 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 ja, ja, doch. Ja, ja, ich glaube, da sind wir auch einfach per se nicht so geil drin. Ich glaube, in anderen Kulturkreisen wird das öfters gemacht. Und, ähm, ja. Aber das war ein Punkt. Oder musst du mutig sein, was du machen hast. Das ist so geil. Musst du mutig sein. Ja, wir hatten es ja auch schon mal, ne, so Thema Klassenfahrten und, und so. Ich meine, als wir die Folge getreten haben, danach war ich fertig und dachte mir auch so, boah, was für eine riesen Stress, Organisation, Verantwortung, mit einem Bein im, im Knast. Und eigentlich Lob und Dank dafür ist am Ende, dass du noch von, von Eltern im schlimmsten Fall angeschissen wirst. Ja. Was alles schief lief oder sonst wie. Warum die Rückzahlung noch nicht erfolgt ist. Genau, warum die Rückzahlung noch nicht erfolgt ist und, und so weiter und so fort. Äh, wo ich dann auch denke, so, ja, krass, weiß ich nicht. Also, da kommt ja auch selten mal jemand auf dich zu und sagt so, hey, cool gemacht. Oder? Wie ist das? Das hat die, das hat man ja in der Folge, da kamen die Kollegen, kamen da Freude strahlen zu mir und gesagt, nach 30 Jahren hat sich zum ersten Mal jemand bedankt, dass ich diese Fahrt gemacht habe, in der Art und Weise. Wie traurig eigentlich. Und ich so, ja. Okay, krass. Ich meine, da war jetzt als selbstständige Arbeit angesehen und natürlich gehört es zu unserem Job dazu, aber das ist ja immer ein Unterschied. Ich kann das ja so oder so machen. Und die Kollegin opfert sich da jedes Mal auf und macht das und tut das und gibt das Beste für die Kids. Und dann ist das, und dann war das wirklich so, krass. Und die war, diese, diese Kleinigkeit, die war einfach, die war so motiviert und, ähm, da berichtet die immer mal wieder von. Und ich glaube, allein deshalb, also die wird jetzt, die, die, die Dame wird jetzt nicht nach Hause gegangen sein zu ihrem Mann oder Frau, keine Ahnung, ähm, würde jetzt nicht sagen, boah, heute, der eine Typ. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das, aber ich finde ja, ich, und ich glaube, das ist auch der Unterschied, wenn ich mich für etwas bedanke, wertschätzend sein will, dann ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ich nichts zurückhaben will. Ich mache das unabhängig von etwas, was ich zurückbekomme. Also sprich, ich möchte nicht anerkennen, um selber Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, das passiert ganz schön. Ja, ich finde nicht wichtig vor Kompliments. Ja. Genau. Ja, wenn ich dir jetzt was Anerkennendes sage, äh, erwarte ich auch, dass was von dir kommt. Genau. Aber das ist schon, das ist auch das in uns drin so ein bisschen, das ist nicht leicht, sich davon frei zu machen. Und deswegen hat auch wahrscheinlich die Lidl-Mitarbeiterin so reagiert, weil es auch schwierig ist, sowas anzunehmen. Also mir fällt das auch immer schwer, wenn du hier und da mal, äh, die Wertschätzungsdusche über mich, äh, ablässt, dann einfach mal zu sagen, ja, danke. Und nicht in so ein Verlegenheits, ja, aber du ja auch und, ähm, ich glaube, das ist schon, schon ein Ding. Ja, aber ich, aber ich glaube, das steckt auch echt in uns drin. Also, ja, anderes Beispiel hatte ich, wir waren jetzt hier, Rasthof, ja, und wie immer, wenn man in die Toilette muss, muss man so ein Bilet ziehen und dann kann man die Kohle einlösen und ich musste denn nicht da was einlösen. Dann habe ich das einem fremden, einem fremden Mann gegeben. Ich so, hier, ich brauche das nicht, hier ist der Euro, können Sie einlösen oder sowas, ja. Ja. Und der war so, okay. Und da habe ich mich erwischt. Junge, du hättest ja wenigstens mal Danke sagen können, Alter, ich schrieg dir gerade was, ja, dass du mit deinem Kind ja noch was, und du sagst nicht mal Danke, ja. Und der war so, kurz so, nee, Mann, ist doch vollkommen egal, gib ihm das und fährt dir aus, fährt, war er überfordert oder so, aber innerlich mein, mein, mein innerlich, also, Junge, ich will's wieder zurückhaben, du hast dich nicht bedankt bei mir. Okay, kriegst du Nächste. Genau. Kriegst du Nächste. Also, Wertschätzung ist wichtig, es sind so die kleinen Dinge, die den Unterschied machen, deshalb aufschreiben, sich zusammensetzen in einem Team, Wertschätzungstusche, ja. Nicht nur auf der Gesamtkonferenz, sondern auch mal dazwischen. Genau, einfach mal hier rausnehmen und sagen einfach, oder auch mal individuell, mal sagen einfach, Dinge sehen, Dinge sehen, dass diejenige, derjenige das und das gemacht hat, ich glaube, das hilft ungemein und gerade auch bei Schülerinnen und Schülern, dieses individuell einfach mal hingehen, ich habe gesehen, du hast alles gegeben, ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert, dieses, ich habe es gesehen, es hat vielleicht diesmal nicht geklappt, aber im nächsten Mal, wobei, wir können keine Noten verschenken, aber ich habe schon als Lehrkraft ganz schön viel macht, da individuell ein bisschen was zu machen, wir hatten es eben. Ja, gut, Juni, nächste Folge wird spannend, da wird es wahrscheinlich darum gehen, wie es so ist, ein Jahr im Amt als Schulleiter zu sein, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Ist es soweit? Ist es soweit, ich glaube, ich gehe davon aus. Dann kann ich mir ein paar schöne Fragen überlegen. Richtig, also wenn ihr da Fragen habt, dann haut es unten über irgendwelche Kommentare oder ihr wisst ganz genau, wie ihr uns zukommt und unterstützt den Juni und wir vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao. Bis in zwei Wochen, ciao. So schön mit denen. Es ist so schön. Ciao. Ciao.